Die Arthus-Legende Einem Menschen, der Verantwortung für andere übernimmt, der in ausweglosen Situationen das Richtige tut. In diesem Fall King Arthur, der eine römische Familie jenseits des Hadrianwalds abholt und vor den einfallenden Sachsen rettet. Die traumhafte Musik von Komponist Hans Zimmer lässt diesen Film zu einem mitreißenden Epos werden, das man nicht vergisst. Begleiten Sie nun uns und das Sinfonieorchester der Münstirchen ins 5. Jahrhundert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020